Nachttäschchen vor allem. Nachtkästchen entdecken. Okay Leute, ich hoffe es ist eine Dimension. Herzlich willkommen zum nächsten Part von Minecraft. Eis. Und zwar, wir sind in einer Höhle, denn wir brauchen Dias, um... Kein Plan. Nein, nein, ich weiß es. Um sowas herzustellen, weil der braucht ein Dias. Und damit kann man nicht dies herstellen und dies... Nein, oder? Okay, wie baut man das? Okay, wir brauchen noch Eis. Also wir können Eisdaff und Dessau. Das ist gut. Okay. Und dann können wir auch schon mit uns leben. Und Leute, wir brauchen jetzt erstmal Dias. Ansonsten kommen wir da gar nicht hin. Und dieser Part wird wahrscheinlich in der Mine weihnachtlich. Denn hier gibt's Lebkuchenmänner, die wir wahrscheinlich auch begegnen werden. Und Creepern leider auch. Ich hasse die, aber... Die Lebkuchenmänner sind ziemlich, ziemlich schlimm. Dann wird dann schnell. Und lecker. Aber schnell. Ich würde leider sagen... Ich denke leider, dass es hier jetzt nichts gibt. Und du bist tot, du bist tot, gedreht, tot. Und... Ich glaube, wir brauchen unsere Vierschläge. Also das ist nur andere Schwert, glaube ich, wirklich besser. Das heißt, wir sind jetzt gut. Oh Leute, ich hab... Das ist jetzt der zweite Part. Erstmal in meinem Aufnahmemarathon, wie man es nennt eigentlich. Also... Zwei ist jetzt kein Marathon eigentlich. Und leider ist es erst der zweite Part. Denn ich bin eigentlich im Stress und kann nicht so aufnehmen. Und bin erst am zweiten Part. Das heißt, ich muss... Heute ist Donnerstag und... Ich muss am Freitag wahrscheinlich aktuell aufnehmen, weil am Donnerstag habe ich keine Zeit. Das ist ziemlich scheiße. Obwohl heute dachte ich auch, dass ich keine Zeit habe. Aber leider gut. Bitte nicht. Bitte seid ihr aktiviert. Okay. Nein, es ist nicht scheiße. Oh... Wunder, dass nichts gesponnt ist. Okay, dann läuft er vorbei. Ich glaube, der will nicht zu mir, oder? Hallo? Ach Gott. Okay, wir sind, glaube ich, wieder am Arm. Oh, fuck. Wir sind von der Seite gekommen, wo wir die Spinnen eingesperrt haben. Okay. Wechseln und es öffnet sich. Ey, keine Minecraft Musik. Leute. Wir hören ja im Hintergrund immer die schöne Weihnachtsmusik, die ihr jetzt gerade wahrscheinlich auch hört. Und... Oh! Dummes Schick. Leute, ich komme irgendwie nach unten. Nicht nach unten. Du bist tot. Du bist auch tot. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich merke schon. Ich merke schon. Ich werde sterben, wenn ich hier... Ich merke schon. Das überleben wir nicht. Denn wir brauchen dringend essen. Bitte keine Lebkuchen, meine Damen und Herren. Das ist richtig scheiße jetzt. Und unpassend, weil... Ich habe es nicht so gemeint. Okay. Okay. Oh Mann. Das ist so eine Scheißsituation. Okay. Einen haben wir. Dann können wir eigentlich jetzt mit einem Pfeil schlagen. Wenn wir halt in spinnen. Jetzt sind wir so gut wie gearscht. Okay. Auch tot. Prieper? Wie jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber es bloht dir einfach. Aber erwisch mich bitte. Da bin ich. Okay. Noch was? Noch jemand? Noch ein Prieper? Nein, das ist kein Prieper. Nice. Ich weiß nicht, ob das nice ist, weil das einen Bogenschütze ist. Und das glaube ich ist gerade nicht gerade besser. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Bitte. Hör auf. Es ist anstrengend. Es ist für mich anstrengend. Also unser Schwert ist bald kaputt. Das heißt, wir sind bald tot. Ah. Scheiße. Zwei, eins. Okay. Jetzt wird es ein bisschen kritisch. Denn wir brauchen jetzt erstmal eine Werkbank. Weil jetzt können wir uns ganz leicht. Hallo. Dann müssen wir hier noch eins irgendwo liegen. Ah, da. Ich habe es angesammelt. Und wir machen uns eine Werkbank. legen sie da hin. Und machen uns einen Ofen. Und dann machen wir den Ofen in eine neue Sonntags. Dann packen wir den Ofen einmal hier hin. Und packen die Kohle mit dem Eisen hinein. Und wir brauchen noch mehr eins. Nice, 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 nice. Nice, nice, nice. So. Dann haben wir schon die Sticks. Und können uns jetzt schon ein neues Schwert. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht braten, weil ich gerade gar nicht speziell gebraut habe. Dann würde ich sagen, auf eins und her mit dem Zeug da drinne. Und jetzt können wir weiter. Essen ist das Problem. Gibt es? Gibt es? Reicht es? Reicht es? Reicht es, Leute? Nein. Okay. Es wäre cool, wenn es gereicht hätte. Wir brauchen Dias. Diamanten. So. Und ich brauche es. Oh Mann. Ich kann mich bald nicht mehr ernähren. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Es wäre gut. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Okay, es ist nicht gut, es ist überhaupt nicht toll und ich hasse es. Es ist furchtbar, ich hasse mich raus. Leute, wir haben Essensprobleme in der Miene. Okay, Leute, wir haben jetzt ein bisschen regeneriert und ich glaube ich da nicht wieder hin, ich will eigentlich nur weiter runter. Ich würde mal sagen, es ist ja wirklich tatsächlich jetzt einfach nur weiter runter gehen. So, und dann bauen wir es jetzt mal schräg nach unten. Höhe, wo ist denn die Koordinaten, da 30 sind wir, wir müssen auf Höhe 11 oder 12. Höhe. 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 ich habe gekartet oder so leitet ja man leidet die am an ich glaube es noch sogar genügend fünf stück die höchste ader die an diamanten existiert denn wir brauchen dafür eins von den eis jem mann ich baue dann haben wir das und was nützt es uns daraus gehen wir auch so ein eis def machen das auch okay und wie braucht man die wir gucken jetzt mal was wir alles brauchen wofür wir zum beispiel diamanten alles brauchen hier sieht es aus nach eis in gott und wie kriegt man eis in gar nicht farben und das hier brauchen wir gar nicht von daher als kristall den kann man auch beim freezer machen soweit ich weiß und wir gehen jetzt mal schauen uns jetzt mal alles an von a bis b leute von a bis b das heißt wir können uns alles machen was wir schon wollten nein die uhr haben wir euch mal gefunden paper kein problem wie braucht man ist candy cane ok wir können uns kalender machen ist nice wir brauchen wir den eine karotte snow 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 auch kein problem wie braucht man den kann man nicht bauen auch kein problem darstellen und magic sattel das ist wahrscheinlich damit können wir dann die einhörner dinge halten ich hoffe ich hoffe da brauchen wir keine dias fruitcake wie braucht man den dann gibt es noch nichts mehr es gibt nur noch die kerzen die man auch nicht machen kann marshmallows sind auch ein problem tatsächlich weil man kann daraus so ja ich will aber so nicht schokoladen ich mache ich glaube damit kann man so geschenke beschwören beschwören ich glaube ich glaube wir brauchen kaum diamanten so nur für das geilste und das haben wir jetzt was ist das ok das heißt wir müssen jetzt ganz nach oben wir waren gar nicht mehr so weit weg so weit ich weiß das heißt wir können jetzt ganz locker raus spazieren abgesehen davon dass es hier irgendwo munster gibt das ist jetzt nicht da ok hier so ein ding und fehlt auch bisschen kohle wir haben kaum kohle natürlich so Das war so klar, deswegen bin ich auch nicht hochgelaufen und so. Das war nämlich eigentlich so relativ klar, wie noch nie und ich glaube, wir machen ein Koggen tatsächlich mal so raus, obwohl ich da nie in dem Leben nach Hause finde. Schauen wir einfach mal Leute, schauen wir einfach mal. Okay, dann kommen wir halt so raus, ist auch okay. Ich würde mal sagen, dass wir hier jetzt versuchen, schnell wie möglich raus zu gehen. Okay, schnell wie möglich. Ich bin so, okay. Ich bin hier mal lieber weg, weil ich irgendwas laufen würde. Wir müssen hier irgendwie weg, Leute. Da ist eine Fackel, ich sehe. Nein, eine Fackel, das ist meine Fackel. Denk auch immer. Sieht relativ schlecht aus. Wir müssen hier nicht ganz schnell raus, denn unsere Diamanten, die schmelzen. Schmelzen tatsächlich. Wieso? Hier doch nur raus. Lasst mich raus. Wir laufen heute den ganzen Mühenschacht. Irgendwann finden wir einen Ausgang, Leute. Da sind schon mal unsere Pilze, die wir gefunden hatten. Hoffe ich mal, dass die sind. Das heißt, wir waren unsere Pilze. Ich kann einfach nicht alles nicht mehr verstehen. Okay. Das heißt, hier waren unsere Pilze. Dann sind wir... Wir kommen von da, nein. Wir kommen von da ganz unten, nein. Wir kommen von da ganz unten, nein. Wir kommen von da, oder? Wir gehen halt da nach oben, Leute. Wir gehen halt da nach oben. Wie viel Eisen? 20. Noch mehr. Ist hier schon die Oberfläche? Nein, wahrscheinlich nicht. Hm. Sieht relativ schlecht aus. Wir werden noch gleich den Part. Wahrscheinlich früher. Weil... Wahrscheinlich gleich sogar. Okay. Wir sind mitten in unserem Wald. Das ist gut. Na, du weißt nicht, in welche Richtung wir jetzt nehmen. Okay. Ich denke mal, wir laufen in die richtige Richtung. Aber ich denke, wir laufen in die richtige Richtung. Erstmal kurz was. Wir sind nicht weit von unserem Haus entfernt. Zumindest scheint es so. Das ist halt. Wie ist das? Da. Nice. Nice. Leute, die haben es geschafft. Ah, endlich zu Hause. Okay, normales Essen her damit. Wer habe ich denn normalen Essen? So. Okay, das ist wirklich schön, wieder Karotten zu sehen. Weil die Karotten sind in Minecraft. Mein absoluter Slipkling. Oh, ich finde Karotten so. Jetzt finde ich auch gar nicht mehr so schlecht. Eigentlich finde ich sie sogar ganz cool. So. 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 Dann findet ihr Karotten. Schreibt es doch in die Kommentare. Wahrscheinlich kommt es so ein richtiger Scheiß-Kommentar bei manchen raus. Und. Ja. Ja. Jetzt genügen Karotten gleich. Wir können endlich unsere Schneekugel machen. Und dass wir spannend halten, gehen wir erst im nächsten Bad in die Schneekugeldimension. Und das wird dann glaube ich mal ziemlich cool. Und. Ja. Wir bauen uns die aber jetzt erstmal. Wenn wir es hinbekommen. Denn ich habe schon wieder vergessen, wenn man die baut. Und zwar brauchen wir auf jeden Fall die hier. Wir haben ein Problem. Wir haben noch nicht das hier. Wir haben wirklich ein richtiges Problem. Die haben wir. Kein Problem. Doch. Das ist doch kein Problem. Doch. Hier ist das Problem. Hier ist das Problem. Hier. I sit down. Können wir es vielleicht einfach so. Bitte. Irgendwie so. Muss es doch gehen. Völlig normalisch sein. So. Und dann können wir vielleicht einfach das hier rein. Und das hier rein. Das heißt, wir haben jetzt gleich eins davon. So. Und wir können vielleicht jetzt möglicherweise. Das ist ziemlich scheiße, würde ich jetzt sagen. Okay. Wir haben eins. Das ist jetzt schon mal. Okay. Bisschen gearscht. Okay. Ich lass es mal jetzt erstmal. Und wir machen das hier noch rein, dass es braten wird. Und leeren jetzt erstmal unseren Inventar. So. So. Das heißt, wir brauchen jetzt. aus. I sat down. Nice. avoirually das nicht. Aber ich versteh nicht. Dann muss das doch auch irgendwie umgekehrt gehen. aus down Sin Sedstone. Ok Leute, wir sehen uns gleich, ich gucke jetzt kurz, kurz vor allem, kurz kurz im Internet nach einem Rezept und ja, ich warte natürlich, dass ihr mich ewig lang sehen müsst und ja. So Leute, also wir sehen uns gleich, nein Leute, wisst ihr was, jetzt kommt der Höhepunkt. Wir sehen uns nicht gleich, weil ich gucke gar nicht im Internet, denn der Cut, der ist schon längst zu Ende, ihr habt es nur nicht gemerkt, Leute, vielleicht habt ihr es gemerkt, wenn ich glaube, ich bin ein Blödsinn, aber wir brauchen so viel Eis-Chunks und Stone, leider weiß ich nichts, wie man diese herstellt. Ok, also Eis-Chunk, ah mit Denne, ok, das heißt, wir haben glaube ich genügend davon, Denne. So, und ja, hier, und das heißt, wir haben jetzt schon drei. Perfekt, so und wir haben sogar ein Achievement, Eis-Constructor und so und so und wir brauchen noch Stone, habe ich glaube ich irgendwo reingelegt. Wenn ich mich recht entsinne, ja, so, das heißt, warte, dass wir jetzt endlich, nach all den Jahren, ok, nach all den Jahren nicht. Jetzt können wir gleich unsere Schneekugel erstellen und zwar brauchen wir einen Diamanten, der weg ist, hier, dann brauchen wir Glas, Eis-Ball, wie mache ich den nochmal? Eis-Ball habe ich genügend, soweit ich weiß. Redstone, nein, Redstone habe ich auch. Zwei Redstones, vier Eis-Balls, ok. Glas, die zwei. Eigentlich waren hier gerade drin, aber ich habe sie wieder woanders hin verlagert, zwei waren es, oder? Boah, ich kann gar nichts merken, Leute, ich kann einfach gar nichts merken. So, das heißt, ja, zwei und. Ok, brauchen wir nochmal alles, alles. Da ist vier Redstone, habe ich vier Redstone. Obwohl, ich lege es mal hier unten hin, dass wir hier schon mal so eine kleine Reihe haben. Wenn da alles steht, so, dann hier zwei. So. Ähm, mehr weiß ich gerade nicht. Ich kann auch kurz gucken. So. So. Und ja, das war's eigentlich. Ich nehme halt noch die Schneewelle. Die wir eigentlich auch erstellen können. Das war ganz einfach, Leute. Das ist ja eigentlich richtig einfach. So, so. Und vier haben wir davon. Und die können wir dann. Hier zwei, hier zwei. So. Leute, das heißt, wir machen jetzt. Das ist cool, ne? So, so, so. 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 Und so. Okay, ich habe einen Fehler gemacht. Wahrscheinlich habe ich die zwei falsch rum gemacht. Äh, was mache ich jetzt? So. Ja, Leute, wir haben's. Oh mein Gott. Okay, jetzt haben wir die drei hier. Und dann brauchen wir noch Glas. Er sagt, nein. Nein. Wenn das wirklich daran scheitert, dann raus. Drei. Perfekt, das reicht. Na, was? Ich will mal in die Werkbahn stehen und den Scheiße holen. Okay, dann brauchen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf natürlich. Fünf Stück für das andere dann. So. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Okay, Leute. Ich habe zwei Parts geschafft, also es ist auch nice. Ich habe so einen dritten, was ich bezweifle. Ich beenden jetzt gleich den Parts. So. Dann können wir jetzt nämlich es vollenden. So. Und wir haben's, Leute. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben, haben, haben es. Ich würde sagen, ich würde sagen, dass wir's hier so als Nachttäschchen nehmen. Äh, Nachttäschchen vor allem. Nachtkäschchen nehmen. Okay, Leute. Ich hoffe, es ist in der Dimension. Wir sehen uns im nächsten Parts, wenn wir dann die Dimension haben. Oder dort reingehen. Aber davor machen wir natürlich nichts. Und ich freue mich schon wirklich, ich freue mich richtig in die Dimension zu gehen. Leute, schaut mal. Wir sind da in der Hütte anscheinend. Wie es aussieht. Leute, wir sehen's im nächsten Part. Wenn's geht, wenn nicht, dann ist es scheiße. Muss ich zugeben, ja. Ich merke auch gerade, dass ich den größten Fehler meines Lebens gemacht habe. Äh, ja. Denn ich brauche nochmal Stone. Drei Stone. Und Eistank. Das heißt so, 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 so. Und dann einfach nochmal so. Das heißt, wir haben's jetzt komplett. Und können hier so machen. Können uns zwei herstellen. Können in den Eisofen. Die hier reinlegen. Ähm. Ich brauche noch eins. Da war doch noch eins. Hier. So. Und irgendwie geht's nicht in die Batterie. Oh, mach ich mal das Kabel so. Oh, schockt da. Okay. Wir brauchen nicht Stauben. So. So. Und wir haben jetzt. Was alles. Für den Staff. Staff. So, dann können wir schon mal das erste reinlegen. Und danach. Oh, was mach ich? Nein. Hä, warte. Das geht halt einfach weiter. Okay. Habe ich von Minecraft ehrlich gesagt nicht erwartet. Und das letzte noch. Perfekt. Das heißt, wir haben's jetzt Leute. Und können im nächsten Part auch noch unseren Stuffy Stuff. So. Hier. 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 Und dann brauchen wir die zwei. Die zwei. Die zwei. Die zwei. So hin. So hin. So hin. So hin. Und. Machen wir mal hier noch ein bisschen Platz. Dass es schön aussieht, Leute. Das muss ja auch schön aussehen. So. Kommt nicht hier alles rein. So. Perfekt. Und. Leute. Bis zum nächsten Part. Lassen wir ja schon da. Wenn's dir gefallen hat. Wenn nicht, dann nicht. Und. Ja. Wir haben's jetzt komplett. Können's auch schon bauen. Bis zum nächsten Part. Und tschüss, Leute. Warte. Okay. Ich versuche jetzt noch zu bauen. Aber ich beende jetzt vielleicht mit dem Part. Mittendrin. Weiß das gleich nicht. Der auch kommt. Ich spüre schon. Niemand. Kommt. Also Leute. Wir machen's kurz. Wir versuchen's kurz. So. Bis. Ich sag schon mal die Verabschiedung. Also bis zum nächsten Part. Und. Ich hab so viel Blödsinn gemacht. Alter. Und bis zum nächsten Part. Und tschüss, Leute. Lassen wir eine Verabschiedung, die uns gefallen hat. Daumen nach oben. Würden wir uns freuen. Oder ein Abonnent auch. Das ist sowas von Blödsinn. Ich will doch nicht wieder so eine scheiß Kugel machen, Leute. Ich brauch nur Sticks. Also tschüss, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal.